Also Leute, es ist endlich soweit, Funky Blog ist draußen, vielleicht warst du gerade im Webinar und hast dir das Ganze angesehen. Mega geil, was die drei hier aufgebaut haben. Im Grunde eine komplette Software, die KI-gesteuert Blogs für dich erstellt, also Internetseiten für dich erstellt, mit dem Ziel, für bestimmte Keywörter, für bestimmte Begriffe auf Google ganz oben zu stehen, den Traffic abzugreifen und dadurch Affiliate-Produkte oder deine eigenen Produkte zu verkaufen. Ganz egal, wie du das nutzen möchtest, all das ist möglich. Ich habe das Ganze getestet. Wir schauen jetzt direkt ins Video rein und schauen, was uns in Funky Blog erwartet, wie du die Online-Immobilien aufbauen kannst und warum ich diese Strategie bereits seit Jahren nutze, allerdings noch nie die Möglichkeit gehabt habe, das komplett automatisieren zu lassen. Wir schauen direkt rein, let's go! Bevor es losgeht, du kannst dir Funky Blog über den Link unterhalb des Videos sichern. Dort findest du alle Links, um dir Funky Blog direkt zu sichern, um dich fürs Webinar einzutragen und so weiter. Bonuskiste.com slash Funky Blog. Du bekommst, wenn du dir Funky Blog über den Link unterhalb des Videos sicherst, meine Google-Bewertungsstrategie im Wert von 399 Euro kostenlos dazu. Da zeige ich dir, wie es möglich ist, durch Google-Bewertungen Geld zu verdienen. Und das nicht durch irgendwelche Fake-Bewertungen. Nein, ich zeige dir, wie du bei lokalen Unternehmen im Grunde 500 bis 1500 Euro im Monat verlangen kannst, dafür, dass du denen ermöglichst, dass ihre Kunden sie öfter bewerten, mit positiven Bewertungen, sie dadurch bei Google weiter oben stehen, besseres Rating haben und dadurch mehr Geschäft bekommen. Ist eine eigene Strategie. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie ich das Ganze aufgebaut habe in einem Videokurs. In der Google-Bewertungsstrategie kostet normalerweise 399 Euro. Da schenke ich dir in der Bonuskiste dazu meine WhatsApp-Cash-Strategie im Wert von 249 Euro, wo ich dir zeige, wie du WhatsApp nutzen kannst, um Geld zu verdienen. Auch ein Videokurs, wo ich ganz einfach Schritt für Schritt zeige, was ich da in der Praxis mache. Und meine KI-Autopilot-Tags im Wert von 699 Euro, wo ich genau darauf eingehe, wie ich verschiedene KI-Tools und KI-Strategien verwende, um meine eigene Arbeitsleistung extrem zu minimieren, im Grunde die meiste Arbeit der künstlichen Intelligenz machen lasse, die künstliche Intelligenz für mich Geld verdienen lasse, die Buchhaltung machen lasse, teilweise die E-Mails beantworten. All diese Sachen, die bei einem Online-Business normalerweise anfallen würden, suche ich an die künstliche Intelligenz aus. Wie ich das mache, mit welchen Tools und wie ich hier vorgehe, zeige ich dir in den KI-Autopilot-Tags. Ist ein Videokurs, der kostet normalerweise 699 Euro. Auch den schenke ich dir in der Bonuskiste zu FunkyBlock kostenlos dazu. Sichere dir dazu einfach FunkyBlock über den Link unterhalb des Videos bonuskiste.com slash funkyblock. So wie du es hier siehst, schreib mir danach eine Mail an bonus-at-bonuskiste.com und ich schalte dir die Bonuskurse direkt frei. Also Blogbeitrag ist fertig erstellt, alles erledigt. Wir sehen hier SEO-Score 58%. Was heißt das Ganze? Der SEO-Score definiert, wie wahrscheinlich es ist, dass du in den ersten Ergebnissen bei Google stehst. Und in dem Fall haben wir natürlich hier noch Verbesserungsmöglichkeiten. Wenn ich hier reinklicke, sehe ich das direkt. Ganz übersichtlich, erstmal könnten wir am Titel was ändern. Was sollten wir hier ändern? Das wird hier immer direkt angezeigt, damit eben der SEO-Score so gut wie möglich ist. Wie gesagt, bei so einem Keyword, Abnehmen mit der Keto-Diät, wird es natürlich schwieriger zu ranken sein. Aber für ein Keyword, für einen Suchbegriff, der ein bisschen nischiger ist, ist das Ganze dann schon einfacher. Dann kann ich hier die Meta-Beschreibung im Grunde einstellen. Das ist das, was, wenn du die Google-Ergebnisse siehst, was darunter steht. Also da steht erstmal diese blaue Überschrift. Abnehmen mit Keto-Diät wäre das dann. Und die Beschreibung wäre sowas wie, in diesem Artikel lernst du, wie du mit der Keto-Diät und so weiter. Also sowas steht dann hier drinnen. Diese Meta-Beschreibung kannst du hier und solltest du hier auf jeden Fall ausfüllen. Und dadurch wird eben dann dein SEO-Score auch immer höher. Du kannst hier noch Meta-Keywords hinzufügen und alles, was im Grunde in der Suchmaschinen-Optimierung wichtig ist, all das hast du hier drinnen und da gehst du hier einfach Schritt für Schritt durch, damit du eben sicherstellst, dass der SEO-Score so hoch wie möglich ist, damit dann im Grunde deine Artikel dann auch ganz oben stehen. Und da kannst du für alle möglichen Nischen im Grunde deine Blogs bauen, kannst in allen möglichen Nischen Affiliate-Produkte verkaufen, kannst über alles Mögliche berichten lassen, weil dich so ein Blog dann 30 Sekunden Zeit kostet. Und das Einzige, was du im Grunde vorgibst, sind da die Keywörter. Zu denen kommen wir jetzt gleich. Hier kannst du eben direkt mit dem KI-Explorer deine Keywords suchen und kannst sozusagen Keywords finden. Ich gebe hier jetzt einfach mal Abnehmen Keto ein, um hier einfach mal zu schauen, was hier rauskommt. Und hier sehen wir dann bereits verschiedene Vorschläge und wie schwierig es ist, für diese zu ranken. Also wie schwierig ist es, in den ersten Suchergebnissen bei Google zu erscheinen, wenn wir beispielsweise Keto-Rezepte zum Abnehmen targetieren und dafür einen Blogbeitrag schreiben lassen. Das sehen wir hier sehr leicht. Hier haben wir nicht viel Konkurrenz und ich kann jetzt theoretisch direkt hierher gehen und kann den Content direkt erstellen lassen. Und mit ein paar Klicks bin ich dann für dieses Ergebnis, für dieses Keyword im Grunde bei Google platziert oder zumindest dafür in den Startlöchern. Würde ich dir natürlich am Anfang empfehlen, hier die leichten beziehungsweise sehr leichten Sachen zu nehmen, wie wir hier zum Beispiel sehen, Keto-Kaffee zum Abnehmen scheint anscheinend auch sehr leicht zu sein. Daneben hast du eben direkt dann auch das Suchvolumen. Das heißt, wie oft wird das Ganze bei Google im Monat eingegeben? Natürlich, wenn das Suchvolumen sehr niedrig ist, dann kann man sich natürlich überlegen, ob man dafür einen Blogbeitrag schreibt. Normalerweise, weil es doch sehr viel Aufwand ist. In dem Fall ist es egal. Auch wenn du wenig Volumen hast, lass einen Blogbeitrag schreiben. Das kostet dich ja keinen Aufwand mit FunkeBlog. Das hast du ja im Grunde direkt erstellt. Du kannst hier natürlich Sprache und Land und so weiter noch verändern, um halt dann die richtigen Ergebnisse zu bekommen. All das hast du hier drinnen. Also im Grunde eine All-in-One-Lösung, wenn du mit der Blog-Strategie, mit dem Ranken, mit Suchmaschinenoptimierung, mit dem Ranken bei Google, also mit der Platzierung in den Google-Suchergebnissen Geld verdienen möchtest. Und da ist es tatsächlich für jeden Anfänger sehr einfach möglich, ist eine Strategie, mit der ich angefangen habe, online Geld zu verdienen. Allerdings war es damals halt zehnmal so schwer, weil die ganzen Beiträge, die ganze Suchmaschinenoptimierung und so weiter, das musste ich alles manuell machen. Und hier hast du jetzt einfach ein Tool, wo im Grunde alles gemacht wird. Also ich werde definitiv Projekte mit Funky-Blog aufbauen. Ich werde das gerne auch auf dem Kanal dokumentieren. Wenn du mehr dazu sehen möchtest, schreib es mir gerne in die Kommentare. Und da gibt es nochmal ein Follow-up-Video, wenn ich das Ganze genauer getestet habe. Aber was ich bisher schon gesehen habe, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und ja, ich freue mich, da das Ganze noch genauer unter die Lupe zu nehmen und meine ersten Blogs mit Funky-Blog zu erstellen. Ja, zusammenfassend kann ich sagen, durch das, dass ich die Strategie selbst schon umgesetzt habe, auf Google mit Blogs zu ranken für verschiedene Begriffe und weiß, was so ein Tool dir erspart und was damit möglich ist, wenn man eben so eine Blog-Strategie verfolgt, dass das wahrscheinlich mittlerweile eines der besten Tools ist, das von Sven und Tommy bisher rausgebracht wurde. Die beiden haben ja schon richtige Bänger rausgehauen. Richtig krasse Tools, die dir das Online-Marketing erleichtern. Aber in dem Fall hast du ein Tool, das ja quasi gar kein Vorwissen erfordert, wo jeder sofort starten kann. Und auch der Zeit-Invest für ein Projekt, das jeden Monat Geld abwirft. Weil wenn so ein Blog-Artikel mal gerankt ist, der bringt dir über die nächsten Monate, über die nächsten Jahre immer wieder Einkommen, jedes Mal, wenn Besucher draufkommen, hast du die Wahrscheinlichkeit, dass da, je nachdem, was du bewirbst, ein Affiliate-Produkt beispielsweise verkauft wird. Und das ist wahres passives Einkommen, das damit erzielt werden kann. Also, ja, muss ich sagen, ist bisher mein Favorite-Tool von Sven und Tommy, von allem, was sie bisher rausgebracht haben. Bin gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Aber Funky-Blog kann ich da auf jeden Fall empfehlen. Ja, wie bereits erwähnt, du kannst dir Funky-Blog über den Link unterhalb des Videos sichern. Bonuskiste.com slash Funky-Blog, so wie du es hier siehst. Wenn du das Webinar der drei noch nicht gesehen hast, auch dazu findest du einen Link unterhalb des Videos. Da kannst du dich eintragen und kannst nochmal schauen, was die drei hier genau aufgebaut haben. All das findest du in der Videobeschreibung. Wenn du dir Funky-Blog über den Link unterhalb des Videos sicherst, bekommst du meine Google-Bewertungsstrategie im Wert von 399 Euro kostenlos in der Bonuskiste dazu, meine WhatsApp-Cash-Strategie und meine KI-Autopilot-Hacks, wo ich darauf eingehe, wie ich verschiedene KI-Tools und Strategien verwende, um meine Arbeit so weit wie möglich zu automatisieren und KI-Tools für mich Geld verdienen lasse. Kostet normalerweise 699 Euro dieser Kurs. All diese drei Bonuskurse bekommst du kostenlos zu Funky-Blog dazu geschenkt. Einzige Voraussetzung, sichere dir Funky-Blog über den Link unterhalb des Videos. Schreib mir eine Mail an bonus-at-bonus-kiste.com und ich schalte dir direkt die drei Bonuskurse frei. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg mit Funky-Blog. Damit lässt sich auch als Anfänger Geld verdienen, da das eine Strategie ist, die im Grunde seit Jahren so funktioniert. Und jetzt kommt da eben nochmal KI ins Spiel. Das heißt, die wird einfach leichter umzusetzen. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Bis dahin. Ciao.